Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Donnerstag, dem 13. Februar 2020. Heute hört ihr die Geek Talk Daily 783 und das mit den folgenden Themen. 2 Milliarden, Adobe Rush, Fido, Essential, Forza Street, Streamcam und MWC 2020. Ich beginne mit einem Meilenstein, dass das zweite Mal von einer Facebook-App oder von einem Facebook-Dienst erreicht wurde nach 2017. Bei Facebook ist das jetzt auch soweit bei WhatsApp. Denn die dürfen jetzt vermelden oder haben vermelden dürfen oder wie auch immer, dass sie 2 Milliarden aktive Nutzer haben. Was für eine Zahl für eine App, die so schlimm ist. Aber das ist ein anderes Thema. Nutzt Alternativen. Mein Tipp an der Stelle, alles andere ist natürlich, wer mit der Welt kommunizieren will, sollte da drin sein. Denn es ist ein fast jeder da, zumindest jeder vierte Weltbürger, wenn man nach Zahlen gehen würde. Adobe hat seinem Premiere Rush, dem Videobearbeitungstool, ein kleines, aber extrem feines Update spendiert. Neu könnt ihr Audio und Video trennen. Das geht in der Android wie auch auf der iOS-App. Klingt nach einem kleinen Feature, was aber doch sehr schnell wichtig werden kann, wenn es mal zwischen Ton und Video hapert oder man noch ein bisschen mehr rausholen möchte. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Dann gibt es Neuigkeiten von der Fido Allianz. Das ist eine Allianz, die sich dem Passwortproblem verschrieben hat, wo schon Firmen dazugehören wie Google, Microsoft, Amazon, Samsung, Facebook und Co. Die sind allesamt Board-Level-Member, also in der höchsten Mitgliedsstufe. Und da hat sich jetzt auch Apple angesiedelt. Nachdem sie unter iOS 13, iPadOS 13 und auch unter dem Safari-Browser die Möglichkeit der Unterstützung von Fido generell integriert haben, kommt es jetzt so weit, dass sie auch offiziell an der Weiterentwicklung des Standards mitarbeiten. Ich freue mich schon auf meinen Schlüssel und immer weniger Passwörter. Nicht ganz so freuen, aber absehbar war es schon seit längerem Essential. Die Fans der Firma werden traurig sein, denn die stellen jetzt offiziell den Betrieb ein. Nachdem sich das erste Smartphone, was das, in Anführungs-Schlusszeichen, in Grossbuchstaben geschrieben, Android-Smartphone hätte werden sollen, sich knapp 50.000 Mal im ersten Jahr nur verkauft hat und der Zubehörmarkt wahrscheinlich noch viel weniger, und man sich dann neuen Produkten verschrieben hat, hat man jetzt den Stecker ganz gezogen. Essential wird es nicht mehr geben. Schade für den Erfinder von Android, der sich da versucht hat. Lieben Gruß, Andy, Rubin, 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 mein Gott, Deutsch und Englisch und Wörter. Namen war das Wort, genau. Dann hat Microsoft ja mit dem Samsung Galaxy S10 einen Spieletitel von der Xbox vorgestellt, der eigentlich schon im letzten Jahr hätte rauskommen sollen, jetzt aber anscheinend exklusiv auf den Galaxy Phones hätte starten sollen. Lustigerweise ist der aber schon für beide Plattformen, auf der Apple-Seite und auf der Google-Seite verfügbar und über den Galaxy Store erst mit Anmeldung zum Download. Auf jeden Fall, wer es spielen mag, es ist eine abgespeckte Version, und das ist mal noch freundlich gesagt, vom eigentlichen Forza, und für mich als Fan von Forza Horizon natürlich nicht unbedingt das Spiel, das man möchte, aber auf jeden Fall wurde es schon geladen und natürlich auch ein bisschen angespielt von meiner Person. Wer es mag, kann das auch tun. Im Schweizer App Store ist es noch nicht drin. Link, wie immer, in den Shownotes zu einem Beitrag. Da findet ihr aber einen Play Store-Link für die Android-Seite. Und wer ein deutsches oder ein amerikanisches Konto hat, kann es sich da natürlich auch über den Weg holen. Dann habe ich noch Neuigkeiten aus dem Hause Logitech. Die haben eine neue Streaming-Kamera vorgestellt. Die Logitech StreamCam hat 1080p bei 60 Frames pro Sekunde und einen USB-C-Anschluss. Alles in allem relativ ähnlich wie die von uns eingesetzten Brio-Kameras, aber halt mit ein bisschen mehr Frames und auch, so wie es ausschaut, ein bisschen grösserer Sensor. Ich bin gespannt und hoffe, dass ich die bald auch in Echtzeit, genau, im eigenen Test ausprobieren kann. Optimiert logischerweise für X-Split und für OBS. Und ich werde natürlich schauen, ob es auch mit E-CAM funktioniert. Alles da wie immer auf daily.geektalk.ca, in den Shownotes oder im Podcatcher, eure Wahl. Links sind dazu dabei. Und dann gab es gestern Abend noch eine kleine Breaking News, was heisst eine kleine, eine grosse Breaking News. Nachdem der Betreiber hinter dem Mobile World Kongress vor kurzem noch gesagt hat, der Kongress wird auf jeden Fall stattfinden. Dann einige Firmen abgesprungen sind und dazu nicht kleine Firmen. Man immer noch beteuert hat, man werde dabei bleiben. Gang ging es gestern Abend los. Irgendwie um 8 Uhr ging die Pressemeldung raus. Der Mobile World Kongress 2020 wird nicht stattfinden. Was das für die ganzen Firmen heisst, für die Journalisten und die Blogger, die gebucht haben, man weiss es nicht, wird man in den nächsten Tagen sehen. Heftig, heftig. Vielleicht gibt es für den einen oder anderen jetzt einfach Ferien. 2, 3, 4 oder 5 Tage in Barcelona. Wäre ja auch mal was für zwischendurch. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Morgen am Freitag kommt die letzte dieser Woche. Wer Lust hat, darf gerne reinhören. Ansonsten freuen wir uns auf eure Rückmeldungen, eure Abos. Daumen hoch gibt es hier nicht. Kommentare und Bewertungen auf iTunes und Co. Logischerweise in diesem Sinne euch einen guten und wundervollen Start in den Tag. Seid erfolgreich. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.